Der Rat, die Reiter, zu gewöhnlichen Attentätern degradiert? Oder hat Samai deine Loyalität gekauft? Wenn du käuflich bist, Reiter, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Diamant. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Tja, meine Bedingung ist dein Herz. Ups, was habe ich dir nebengeworfen? So, Moment, was kurz, haben wir hier? Wow. So, jetzt da. Hä? Ach, ich habe die Bedingung verloren. Moment, gib mir noch mal her. Hier, da, friss. Moment, Ding. Ding. Shit. Hä, wo ist es? Ich sehe die Bombe nicht. Wo ist die Bombe? Na, habe ich dann die Bombe geworfen? Anscheinend, ich sehe die Bombe nämlich nicht. Ach, verdammt, ist mir das Teil hochgegangen. Ach, da ist es so. Ah. Ach, was ich noch machen könnte, ist folgendes. Äh, hm. Alter Schwede. Boah, ich brauche. Mach' ich das jetzt. Mal kurz. So, so. Ach, komm, hey. Alter. Die ist mir zu schnell. Nein, 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 ich wollte nicht dich. Ach, puh. Geh mal woanders, der Mädel. Und darf mich nicht mit deinem Getrixi hier. Also jetzt stelle ich mich mal wirklich an. Hey, das gibt es doch nicht. Komm, hier, zack. Mädel, friss. Ich soll vielleicht erst machen, wenn sie kurz still hält, so wie jetzt. Nein. Boah, Glück gehabt. So, jetzt aber. Ach, geht doch. Jetzt habe ich mich aber ziemlich angestellt. In der Zwischenzeit. Boah, verdammt. Mein Zaun ist schon zu Ende. Oh, verdammt. Oh nein, oh nein, 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 nein. Oh, wei, oh, wei. Moment. Okay. So, genau, jetzt. Rampage zieh kurz. War es noch einmal oder zweimal? Ich weiß es nicht mehr. Ja, war doch mehrmals. Ach, komm, hier. Ach, da kommt nochmal eins. Dann muss ja gerade wurscht. War es das schon? Oder wirst du noch einmal? Hast du dich genug ausgetobt? Ups, ich habe es daneben geschossen. Ja, ich brauche mal kurz hier einen. Ja, dann halt so. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Ich musste jetzt schnell werfen. Ich wusste hier eins. Ach, da drüben. Das reicht wahrscheinlich nicht mehr die Zeit. So. So, ich habe eins draufgeworfen. Ich sehe es gerade nicht. Ach, da ist es. So. Ach, shit. Ja, klar, war klar. Jetzt geht es natürlich weg. Dann schießt direkt nochmal. Ach, komm. Tiamat. Du rickst auf. So, jetzt aber. Kommt zu mir, Kommt zu mir, Mädel. Kommt schon. Wow, wow, wow. Gut weg, 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 weg. Genau deswegen. Die sind nämlich sauer auf mich. Oh, ey, 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 komm schon. Aufs Maul mit dir. Ich gebe dir aufs Maul, Mädel. Boah, ich glaube, ich gehe lieber weg. Ich habe irgendwie Schiss gerade. Na, Süße. Wie geht es dir so? Nicht so gut, habe ich das Gefühl. Wo, 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 okay. Jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg. Oh, nein. Vergiss es, vergiss es. Ich bin nicht käuflich. Mensch, geht das eigentlich noch? Bams. Oh. Shit, 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 weg. Jetzt kommt es wieder runter. Bams. Muss ich eigentlich noch ein Ding schmeißen, eine Bombe. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach, nee, Bomben sind inzwischen weg. Muss ich dich jetzt tatsächlich noch so irgendwie quälen? Ja. So, vielleicht nicht. Zumindest sollte ich mich nicht damit quälen. Oh, jetzt kommt sie wieder. Ich glaube, sie kommt wieder. Ja. Komm schon. Auf die Fresse. So. Oh, jetzt sollte ich. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich traue ihr nicht ganz wollen. Ich hoffe, ziemlich wenig Lebensmitteln. Ziemlich wenig Lebensmitteln. Ich glaube, ich habe keine Lebensessenz mehr. Nur ganz kurz schauen. Ne, ich habe nur noch große Rage. Könnte ich euch auch kurz auswählen? Äh, das war die vier demnach. Ah, das macht mich jetzt irgendwie voll nervös. Und natürlich jetzt kurz. Sie rampagen lassen. Das geht natürlich auch. Bäm. Jetzt liegt sie da. Sie liegt da. Sie liegt da. Vier. Und drei. Gut, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Puffer noch. Okay, weg, 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 weg. Komm schon. Jetzt aber. Komm schon, Tiermatsch. Oh nein, weg. Shit, sie hat mich noch gekriegt. Verdammt. Ich muss weg, ich muss weg. Okay, ich muss weg, ich muss weg. Shit. Oh. Jetzt kommt sie nochmal. Komm schon, das ist doch das letzte jetzt, oder? Nein. Immer noch nicht. Nein, shit. Ich muss weg. Ich habe nicht mehr viel. Komm schon. Ehe. Hallo. Finisher. Letzter Finisher. Nein, auch nicht. Nein, das war auch mein letztes Ding. Nein. Ich muss jetzt höllisch aufpassen. Jeder Fehler könnte mein letztes sein. Jetzt wird es richtig kritisch. Komm schon, sie kommt nochmal. Sie kommt nochmal. Komm, ich gebe es dir. Ach, komm. Ich muss weg, ich muss weg. Ich vertraue dir nicht ganz. Das wird jetzt halt sehr taktisch hier. Nein, verdammt, was mache ich hier? Bams. Oh, schön. Kostwasserstufenaufstieg. Mit einem Kampf. Oh nein. 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 Sie kommt wieder, sie kommt wieder, sie kommt wieder. Ehe. Komm schon. Finisher. Ah, schon wieder nur der. Das gibt es doch nicht. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh, verdammt. Wieso muss ich in diesem Kampf unbedingt Liebensenergie aufbrauchen? Verdammt. Nein, nicht mit mir diesmal. Nicht mit mir, meine Gute. Oh nein. Oh nein, sie sprengt wieder. Bloß weg hier. Oh nein, sie will wieder. Sie kommt wieder auf mich zu. Vergiss es. Nicht mit mir. Ich weiß, es ist etwas langwierig diesmal. Aber ich muss aufpassen, was ich hier tue. Jeder Fehler ist tödlich. Komm schon. Komm schon. Endlich. Ich will sie schreien hören. Ich bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Kein Wunder, dass Samuel dieses Ding haben will. Es trotz Vormacht. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Herz des Auserwählten, Samuel benötigt diesen Gegenstand vollmächtiger magischer Energie, um Zugang zum Schwarzen Thron zu haben. Lebensstein. Dieser magische Stein erhöht Kriegsmaximale Gesundheit. Gott sei Dank, wir sind wieder voll. Und jetzt reisen wir wieder zurück. Tragisch. Wie willst du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten? Sprich Klatex-Dämon. Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Wulgrim? Nur eine Kleinigkeit, das Herz der Auserwählten. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist. Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samuel stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Samuel wird erfreut sein. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. Schlangenlöcher. Dieses uralte Netzwerk von Pfaden zieht sich durch die ganze Welt und darüber hinaus. Suchen sie eine vulgren Position auf, um darauf Zugriff zu bekommen. Und das werden wir jetzt tun, um zurück zum glühenden Galgentum zu kommen. Halt, jetzt. Das war jetzt falsch. Ach, ich habe Artefakte zum Eintauschen. Das können wir auch mal machen. So. Mal stellen noch am tödlichen Schlag Kriegsgesundheit und Zorn vollständig wieder her. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Prozium-Senergie, Brustecke, Fluch. Generiert nicht auf natürliche Weise mit der Zeit Zorn. Das sind die Waffenerweiterung. Das sollte ich klug einsetzen. Oder Schredder aufgenommen mit der Größenlänge. Entreißt dem Feinden Zorn zählen. Oder ich mache einfach noch ein paar Upgrades hier. Blockangriff des Schwerthaken. Halten und loslassen. Kraftschlag. Können natürlich machen. Nutze ich oft. Du mächtig bist. Kreisege benutze ich nicht so oft. Der PUN-Angriff. Benutze ich auch ziemlich oft. Huch. Habe ich es jetzt genommen? Du verhandelst äußerst geschäft, mein Freund. Ich könnte hier eigentlich auch die linke Alt-Taste. Ah, das kann ich auch gleich lernen. Todsrache. Sensenklinge kann ich? Diese Verbesserung hat vor der Tod-Sense mit Stufe 2. Oh, da muss ich noch ein bisschen trainieren. Luft-Sense. Leer und gedrückt halten. Höllen-Klinge. Hm, weiß ich noch nicht. Kann ich noch was überhaupt kaufen? Von hier. Multiklinge. Ach komm, Multiklinge. Der alte Wulgrim hatte... Ach ja, und jetzt das, was ich eigentlich wollte. Das Schlangenloch. Wir wollen nämlich zurück zum glühenden Galgenturm. Zu Samayel. Möchten wir das Schlangenloch benutzen, um zu ausgerufen? Ja, möchte ich. So, das Schlangenloch ist kein Sofort-Teleport. Wir müssen hier durch diese Gegend reisen. Das Schlangenlochs. Dabei geben zwei Wege sogar hier im Schlangenloch noch Thronen, wo man was einsammeln kann. Was ich ganz nett finde, das habe ich auch nur durch Zufall entdeckt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mehr gibt. Ich habe nur zwei gefunden. Ich glaube, das war einmal der Weg zur Zwielich-Kathedrale und einmal der Weg zum Bandschland. Wecken, da kommen wir auch noch hin. Da gab es Gegenstände zu sammeln. Aber jetzt geht es zum guten Samayel. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie gelitten hat? Nicht annähernd genug. Wundervoll. Der zweite Wächter, die Quälerin, nutzt die Tunnel unter diesem Ort. Aber zuerst stößt man auf ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Ultan. Einer der Alten. Davon hast du vorher nichts gesagt. Änderst du bereits das Abkommen, Samayel? Sei still, Abschau. Ich mache mein Geschäft mit dem Reiter. Ultan ist kein Verbündeter des Zerstörers. Aber du wirst die Quälerin nicht finden, ohne dich dem schwarzen Hammer zu stellen. Und das erfordert Kraft, die du nicht hast. Noch nicht. Was zur Hölle glaubst du, was du da machst, Samayel? Sag ihm, Beobachter, wie du die wahre Macht des Reiters unterdrückst, um ihn an der Leine des Rates zu halten. Krieg. Vernichte diesen Parasiten. Schaut mich nur böse an, dann wird der Rat euch vernichten. Euch beide! Ich werde beschützt. Krieg jedoch nicht. Du bist Krieg. Reiter des Roten Rosses. Keine Marionette an den Fäden dieser armseligen Kreatur. Krieg. Ich werde dich leiden lassen. Konzentriere deinen Zaum. Große Erregung erfasst dich und brennt darauf, auszubrechen. Du musst sie freilassen oder du bleibst eine Marionette. Du bist wiedergeboren. Was war das? Der Reiter ist gebrochen. Aber es steckt noch viel Macht in ihm. Einen Moment lang sah ich einen, der sich allein gegen die Armee des Zerstörers stellen könnte. Finden Sie Ultan. Und damit haben wir unsere Chaosgestalt wieder. Chaosgestalt. Lassen Sie Krieg vorübergehend seine Chaosgestalt in ihm, damit er seine Feinde dezimieren kann. Drücken Sie V, um die Chaosgestalt zu entfesseln. So, Samme ist wieder entschwunden. Wir haben unsere Chaosgestalt wieder. Und wir reisen das nächste Mal. Und wir reisen das nächste Mal zu Ultan. Dem schwarzen Hammer. Doch das, wie gesagt, in der nächsten Aufnahme von Let's Play Darksiders. Ciao.